die map könnte man so durchgehen lassen geil sieht es auf jeden fall aus bloß drauf spielen ist immer so eine sache für sich das kennen wir ja mittlerweile jetzt immer so eine frage wieso habe ich auf der klasse hardliner jetzt na ihr mongos alter erschreck mich nicht ich spümmel den g ich lauf hinten raus ok das war jetzt ich versuche immer zu messern wisst ihr aber irgendwie klappt dies zu 90 prozent eh nicht deswegen lasse ich ja mal gleich sein weil wieso werfe ich eigentlich nicht gleich die granate oh alter jetzt ohne scheiß hecka hecka ich hab nichts getroffen auch gut und jetzt los jetzt ohne scheiß du mir nur den scheiß hex verpiss dich da bin ich jetzt doch ruhig ne jetzt ohne scheiß wo war denn der ja sicher instant warum nicht ohne was jetzt hier komm wir holen uns auch ein aimbot warum nicht haben wir vielleicht mehr spaß am spiel ich weiß es nicht ich hab da weniger spaß dran noobs euch gehört gehören die hände abgehackt die hände abgehackt gehört diesen wichsern weil sie mich nix können hinter abgehackt pc weggenommen all sowas das gibt's doch nicht langsam regt es mich auf bin ja lange ruhig aber jetzt das gibt mir ja den rest zwei leute in der lobby die 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 hacken wo ist der nächste komm ich will noch einen los warum nicht macht doch spaß mit hackern der nächste jetzt ohne spaß ne und da hat sich grad drehen die deine mutter du wichser das reicht mir langsam das reicht's schon wieder dieser wichsende drops koffert der nix kann ich hacke ab 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 aimbot oh geil ich kill viele leute warum nicht deine mutter da hinten jetzt ohne scheiß ne ist das wieder oh das ist doch ein und derselbe oh ohne scheiß jetzt das geht mir so schon wieder oh leute man deine verhutete mutter du wichser fick dein leben einfach nur du nixkönnerischer bastard von elenden hacker jetzt mal ohne scheiß ne wenn ich eins wie hast du mich jetzt jetzt muss ich jetzt guck ich mir das alles an jetzt ohne scheiß weißt du hacken ist ja eins aber die ganze lobby ist nur voll mit dem wichsern diese lost killer weißt du ich spiel mit aimbot der nächste spielt was weiß ich mit äh wallhacker fick dich doch da war doch schon wieder einer nur hacker nichts können sie ehrlich mal man ich eins hasse hacker lobby liefen das ist ja zum kotzen pass auf jetzt komme ich in die selbe scheiß lobby wieder mit dem schwein spielen wir auf lockdown ohne spaß jetzt mal krieg doch plack jetzt renne ich mir den scheiß im geh rum das ist mir so dreckigal ob das irgendjemandem jetzt gefällt der zuguckt ob ich um wie ich jetzt gerade rum geheadet habe aber aimbot das ist aimbot wallhack und sonstige scheiß und sonstige scheißhacker oder modder das geht mir so auf den dermaßen den piss langsam kaufen sie sollen sie doch ein leben kaufen haben sie was von wissen sie wenigstens wie es leben ist weißt du da kommt jetzt eh einer mit aimbot rum deiner mutter du wichser eat my grenade du arschgesichtiges mistgräbelkind jetzt ohne scheiß oder ich will mich ja nicht im voraus aber wir brauchen die zielhilfe ohne scheiß hier ne rennen ist doch deine mutter ja genau deine waffe verzieht kein stück die hat keinen rückstoß nein komm ich denn da drauf gut die hat jetzt auch nicht wirklich verzogen aber das ist erst mal ne nebensache der nebensache ne ach deine mutter ist auch ein camper erstmal nach da was werfen ja ohne scheiß jetzt wird brits handy das hat mich abgelenkt ich hab schon mal vorgeschossen feindliche aufklärungsfräule gesichtet oh ne gut gut er kam von hinten da bin ich selber dran schuld wenn ich mich da so dumm hinstelle ja ich weiß es ist ja lecker aber 90% der Bevölkerung in dem Spiel mittlerweile oh ich bin froh wenn ich Part 60 erreicht hab ganz ehrlich jetzt ist es mal ohne Spaß ne hier fick dich wenn ich wenn ich hier mit Part 60 wenn ich hier Part ich weiß gar nicht wir machen Part 50 wenn ich hier Part 50 hab jetzt ohne scheiß ne ich guck erst nach da dann guck ich nach da und von wo werd ich gekillt hinterrücks Wollte schon fragen wann wolltest du nochmal weggehen und du auch wo jetzt muss ich mich ganz schnell umdrehen oh toll das bringt mir wie fern war's ja du Spongo hier hm ja da hat sich jemand nicht so ganz schlau gemacht und naja ja schön dass wir die Führung verloren haben aber jetzt ohne Scheiß das will ich sehen das ist ja schon Sprayen auf höchstem Niveau weißt du ich mach das nicht mal was Warte! Na? Wo ist hier auch noch so ein Bongo? Warte. Hier war doch gerade einer. Brauche ich da noch was sagen? Hacker, Wichser, nichtskönnerischen Missgeburten. Deine Wichsmutter. Ohohohohohohoho. Kannst du mal sehen. Ich musste sogar noch anvisieren. Du Bitch. Finde ich toll. MG. Leichtes. Ne, wir bleiben bei Rückstoß, wir bleiben beim Griff, wir bleiben bei Digital, perfekt. Außer die Sekundär, die werde ich mal... Oder ne, warte mal. Gut. Perfekt. Outpost, endlich! Endlich mal ne Map, die wir noch nicht hatten. Aber ich freu mich schon wieder zu früh. Wie immer. Ich freu mich schon, wenn ich MW2 dann bis Part 60 aufnehme. Nicht. Sag ich euch, da freu ich mich schon gar nicht drauf, weil in MW2 ist ja genauso schlimm. Da ist MW3 ja noch, äh, ist ja MW2 und MW3 sind ja wirklich so hackerverseucht. Angst. Was?